In diesem Tutorial werden wir uns zwei typische Beispielaufgaben anschauen auf Klausur- bzw. Prüfungsniveau in Bezug auf die Eigenschaften trigonometrischer Funktionen. Um diese Aufgaben zu verstehen, sollten folgende Eigenschaften bekannt sein. Definitions- und Wertebereich, Amplitude und Periode sowie Verschiebung, Streckung und Spiegelung. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass diese Sachen einigermaßen bekannt sind, wenn das nicht der Fall sein sollte, entweder oben rechts unter den I-Punkt oder am Ende dieses Videos im Abspann, findet ihr auch dazu ein passendes Tutorial. Und los geht's mit der ersten Beispielaufgabe. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Kf ist das Schaubild der Funktion f. Wie entsteht Kf aus der Sinus- bzw. Cosinuskurve? Bestimme die Periodenlänge und den Wertebereich. Für den Fall, dass euch das zu schnell ging, drückt ruhig auf Pause und liest euch in Ruhe die Aufgabenstellung durch. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass das erledigt ist. Und jetzt versuchen wir so ein paar typische Formulierungen hier in der Aufgabenstellung zu entschlüssen. In erster Reihe kann es verwirrend wirken, dass am Anfang steht, Kf ist das Schaubild von F. K steht als Abkürzung für das Wort Kurve. Und das bedeutet nur, dass sich die Aufgabe eigentlich auf das Schaubild der Funktion f bezieht. Nächster Abschnitt. Wie entsteht diese Kurve aus der Sinus- bzw. Cosinuskurve? Naja, bei der Teilaufgabe a haben wir zuerst eine Sinusfunktion. Bei der Teilaufgabe b werden wir natürlich dann eine Cosinusfunktion haben. Und in Wirklichkeit müsst ihr diesen Funktionsterm an dieser Stelle mit der normalen oder Standard-Sinusfunktion vergleichen. Zum Vergleich werde ich diese Funktion kurz hier drüber schreiben. Also, die normale Sinusfunktion lautet einfach nur Sinus von x. Und wenn ihr diese zwei Funktionen vergleicht, dann sollte euch auffallen, dass es genau drei Veränderungen gibt. Die zwei vorne, die drei vor dem x und die einzihnten. Und genau diese Veränderungen müsst ihr anhand der Eigenschaften richtig benennen und ausformulieren. Wir fangen natürlich von links nach rechts an, und zwar mit der 2. Zur Erinnerung, die 2 war die Streckung in y-Richtung mit der Faktor 2. Dann die 3 vor dem x war die Streckung in x-Richtung mit dem Faktor 1 durch 3 oder 1 Drittel. Aufpassen, bei dem Streckungsfaktor in x-Richtung gibt es immer diese Besonderheit mit dem Kehrwert. Und die einfachste Eigenschaft vielleicht ist die 1 hinten. Das war einfach die Verschiebung um eine Einheit nach oben. Natürlich in y-Richtung, versteht sich. In dem zweiten Teil der Aufgabe sind die Periode und der Wertebereich verlangt. Zur Erinnerung, die Periode kann man über diese Formel hier bestimmen. Also p steht für die Periode. Ist 2pi geteilt durch b, wobei dieses b genau die Zahl vor dem x ist. Also, unser 3 da oben. Das bedeutet, wir können praktisch in dieser Formel einsetzen und problemlos die Periodenlänge bestimmen. Also, wir hätten dann an dieser Stelle einfach 2pi geteilt durch 3. Und das kann man nicht mehr vereinfachen und kann so stehen lassen. Zum Schluss ist noch der Wertebereich gesucht. Und diese Fragestellung verlangt vielleicht an dieser Stelle ein bisschen mehr mathematisches Können. Am einfachsten ist, wenn ihr euch erstmal dafür ein Koordinatensystem vorstellt. Und an diesem Koordinatsystem, sozusagen wenigstens an der y-Achse, ein Pseudomastab. Eintragen tut. Also, gehen wir davon aus, hier ist 1. Hier hätten wir dann entsprechend 2 und 3. Und vielleicht auch noch nach unten die minus 1. Als nächstes empfiehlt sich, die Verschiebung in y-Richtung zu betrachten. Zur Erinnerung, das war die 1 hier hinten. Der Grund dazu ist ganz einfach. Die Verschiebung in y-Richtung ist auch gleichzeitig die Mittellinie der Funktion, hier gestrichelt angedeutet. Das ist ja dann die Linie, die von Maximum und Minimum, beziehungsweise Hoch- und Tiefpunkt, immer den gleichen Abstand hat. Dieser Abstand ist dann eigentlich die Amplitude. Die Amplitude ist unser Streckungsfaktor in y-Richtung, die 2. Und die können wir dann auch in unser Koordinatsystem eintragen. Also, vor der Mittellinie gehen wir zwei Einheiten nach oben und zwei Einheiten nach unten. Und wenn ihr das Ganze so eingetragen habt, könnt ihr problemlos euren Wertebereich ablesen. Und er liegt in diesem Fall genau zwischen minus 1 und 3. Das Ganze kann man am Ende auch noch so schreiben. Also, Groß W steht für Wertebereich und dann ein geschlossener Intervall von minus 1 bis 3. Kurzer Hinweis, die nach innen gedrehten ecken Klammer weisen darauf hin, dass die Grenzen, also minus 1 und 3, zu diesem Wertebereich dazugehören. Und das ist eigentlich immer der Fall bei trigonometrischen Funktionen. Und damit ein bisschen Gleichberechtigung herrscht, nehmen wir bei der Teilaufgabe b natürlich bei der gleichen Aufgabenstellung eine Kosinus-Funktion. Auch diese müssen wir in erster Reihe mit der normalen Kosinus-Funktion vergleichen. Also, die schreibe ich jetzt zum Vergleich hier drüber. Und wenn ihr diesen Funktionsterm genauer anschaut, dann solltet ihr genau zwei Veränderungen merken. Einmal das Minuszeichen vor dem Kosinus und einmal die zwei hinten in der Klammer. Zur Erinnerung, das Minuszeichen vor dem Kosinus ist natürlich die Spiegelung an der x-Achse. Und die zwei in der Klammer ist die Verschiebung um zwei Einheiten nach rechts, natürlich auf der x-Achse. Als nächstes wollen wir natürlich wieder die Periode bestimmen. Dafür nehmen wir die wohlbekannte Formel. b ist gleich 2pi durch b, wobei b wieder die Zahl vor dem x ist. Die ist hier ganz einfach zu erkennen. Vor dem x steht gar nichts, also mathematisch steht dann eine 1. Und diese 1 können wir dann problemlos nehmen und die Formel einsetzen und die Periode bestimmen. Also wir haben dann entsprechend 2pi geteilt durch 1 zusammengefasst, das dann 2pi. Und zum Schluss noch unser Wertebereich. Dafür nehmen wir natürlich wieder so ein einfaches Koordinatensystem und tragen zuerst die Verschiebung in y-Richtung ein oder die Mittellinie. Ich hoffe, dass jeder erkennen kann, die Funktion ist nicht nach oben, nicht nach unten verschoben. Also theoretisch steht hier eine unsichtbare plus 0. Und die können wir jetzt genau auf der x-Achse eintragen, also das wäre jetzt unsere Mittellinie. Und dann müssen wir nur noch die Amplitude berücksichtigen. Die finden wir auch vor der Cosinus-Funktion als eine unsichtbare 1. Das bedeutet, in unserem Koordinatsystem gehen wir von der Mittellinie eine Einheit nach oben und eine nach unten. Entsprechend haben wir dann unser Wertebereich. Der dann selbstverständlich zwischen minus 1 hier unten und 1 hier oben pendelt. Deshalb können wir am Ende wieder schreiben, w ist gleich, ich gehe Klammer auf, von minus 1 bis 1. Und hier ist die zweite Beispielaufgabe. Ich überfliege natürlich wieder am Anfang kurz die Aufgabenstellung. Das Schaubild, was wir rechts sehen, hat die Gleichung f von x ist gleich a mal Sinus kx plus b. Bestimme die Periodenlänge klein p sowie a, k und b. Also am Funktionsterm sind das die drei Sachen, die wir bestimmen müssen, plus die Länge der Periode. Damit wir diese Sachen richtig aus dem Schaubild rauslesen bzw. interpretieren können, ist es wichtig, dass wir uns erinnern, was diese Buchstaben überhaupt bedeuten. Okay, die Periode klein p ist ja klar, aber die anderen Buchstaben sind zur Erinnerung in erster Reihe a, die Amplitude, k war 2pi durch p und b ist die Mittellinie der Funktion oder die Verschiebung in y-Richtung. Ich hoffe, es ist klar, die Reihenfolge, in der man dieser Unbekannten bestimmt oder bestimmen kann, ist absolut egal. Manchmal verdrehen sie sogar mit Absicht die Reihenfolge, damit ihr durcheinander kommt. Und deshalb legen wir unsere eigene Reihenfolge fest. Idealerweise sollte man immer mit der Mittellinie oder mit der Verschiebung in y-Richtung anfangen. Zur Erinnerung, das ist die Linie, die von Maximum, Minimum bzw. Hoch- und Tiefpunkt den gleichen Abstand hat. Und ich hoffe, dass sie jeder bei 1 erkennen kann. Damit können wir schon eigentlich Schluss folgen, dass b die Verschiebung in y-Richtung 1 ist. Als nächstes könnten wir die Amplitude ablesen. Und zwar, die Amplitude ist der Abstand zwischen Mittellinie und Hochpunkt oder Tiefpunkt. Also mit grün da dargestellt. Ich hoffe, dass jeder erkennen kann, dass die Amplitude 2 Einheiten lang ist. Also a ist gleich 2. Und übrigens, es handelt sich hier um eine Sinusfunktion, die nicht an der x-Achse gespiegelt ist. Deswegen kommt auch kein Minuszeichen vor der 2 oder ähnliches. Als nächstes könntet ihr versuchen, k zu bestimmen. Allerdings sieht man schon anhand der Formel auf der linken Seite, k kann man nicht bestimmen, wenn man nicht zuerst die Periode hat. Deshalb müssen wir anhand von diesem Schaubild erstmal die Periode erkennen. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man die Periode ablesen kann. Aber da hier die Mittellinie sehr gut sichtbar ist, könnten wir es erstmal mit Hilfe der Mittellinie probieren. Und zwar, wenn man sich an der Mittellinie orientiert, ist die Periode genau der Abstand auf der x-Achse, wo ein Tal und ein Berg von der Kurve reinpassen. Also so wie hier eingeblendet. Was jetzt natürlich mit dem Tal und einem Berg bei dieser trigonometrischen Funktion, kann sich hoffentlich jeder von euch vorstellen. Es geht darum, dass die Kurve von der Mittellinie einmal nach unten geht, das ist ein Tal, und einmal hier über die Mittellinie geht, das ist dann ein sogenannter Berg. Allerdings haben wir hier noch beim Ablesen der Periode noch ein anderes Problem. Wenn ihr nach rechts und nach links schaut, dann merkt ihr, das ist keine genaue Zahl, was man bei der Periode hier hat. Naja, es ist doch eine, aber es ist eine übliche Falle, die öfters bei den Prüfungsaufgaben dabei ist. Deswegen versuchen wir herauszufinden jetzt, was diese 6, irgendwas eigentlich bedeuten sollte. Aus diesem Grund müssen wir uns erstmal erinnern, dass Pi ungefähr 3,14 ist. Entsprechend wird dann 2P ungefähr 6,28 sein. Und genau das seht ihr hier. Ihr seht 6 und ein bisschen. Das ist mit Sicherheit 2P. Und das bedeutet, auf der linken Seite haben wir dann entsprechend minus 2P. Und das heißt für uns, dass die Periode eigentlich 4P ist. Also von minus 2P bis plus 2P haben wir insgesamt 4P. Und mit diesem Wert haben wir jetzt kein Problem, hier K zu bestimmen. Und zwar, wenn wir einsetzen, dann haben wir 2P geteilt durch 4P. Können wir ein bisschen was kürzen, zum Beispiel die Pi kürzen sich weg. Und die 2 und die 4, oben im Zähler bleibt eine 1 und nennen eine 2. Das heißt, k wäre ein Halb. Und damit ist auch die zweite Beispielaufgabe beendet. Und zum Schluss vielleicht noch ein paar wichtige Hinweise. Für den Fall, dass ihr Schwierigkeiten hattet, mir bei bestimmten Teilaufgaben hier zu folgen, ist es natürlich empfehlenswert, euch nochmal die Eigenschaften trigonometrische Funktionen anzuschauen. Außerdem müsst ihr bei diesen trigonometrischen Funktionen in der Lage sein, Therme oder Funktionen zu skizzieren, Funktionstherme anhand von Schaubildern aufzustellen, so ähnlich wie hier, sowie trigonometrische Gleichungen zu lösen. Wenn Bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.